so willkommen zu einer neuen Folge und ich spiele wieder eine Folge Master Bilders und Prozent die Jahr es geht um jetzt schon Kurs jetzt Scheiße bauen Prozent die Fragezeichen so so Tränen okay so erst mal so ein paar Gleise ich noch hier ich will ja so eine so eine alte Lok eben so bauen vielleicht noch schwarze Wolle ich habe auch schon eine Testrunde gespielt ähm und äh ja dritter Platz aber ach komm nein wie mache ich das jetzt äh stimmt es geht ja nicht anders fuck 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 ähm ich muss uns mal überlegen hier ne wie mache ich das scheiße ich weiß nicht wie ich das machen will äh fuck ich bin sowas noch tot aber ich habe eine Idee ich mache das jetzt hier so 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 ich auch nochmal irgendwie so keine Ahnung hier so ein paar Minecarts das so 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 hier zwei Loren ihr und da und äh da nein doch komm dann noch eine so das wird so scheiße komm das ist zu wenig Zeit ach komm Minecraft so hier sind vielleicht noch zwei Lampen vorne ach man ich habe einfach keine Zeit mehr ich hätte nicht so lange warten sollen aber ich wusste auch nicht wie ich das anfangen soll ach man gucken was ich jetzt hier noch so zauber ähm jetzt brauche ich mal schwarze Wolle hier nochmal hier auch nochmal irgendwie ein kleines Lockhaus kommt ganz gut rüber dann wahrscheinlich ähm hier so hoch boah boah man man sieht fast geil es ist so dunkel so joo wie es einfach aussieht ok ähm hier nochmal so feuerrufen wo so vielleicht noch ein Fenster vorne oh ja das sieht gut aus äh das hab ich jetzt noch schweiße oh scheiße so ach gut Fenster habe ich auch wenn ich hinten noch ein Fenster reinhauen und hier vielleicht noch Türen das nehme ich da normale Türen die Eisentüren sind besser besser so ja genau Partikel jetzt noch ähm hier irgendwelche Smoke Partikel ich weiß nicht ich weiß nicht was es ist aber ich weiß nicht was es ist aber ich weiß nicht was es ist aber auch irgendwie ein bisschen so und jetzt gehe ich nochmal hier ins Partikelmenü das kann ich noch machen vielleicht ein bisschen Flamme äh man schneller schneller aufspringen joo ich werde damit sowas von erster Platz hier ist Richard oh ja ok so ähm das sind nämlich noch Black Smoke genau das wollte ich nämlich joo ey richtig nice nochmal hier im Bild ich will das Bild hier reinhauen ok mal gucken äh geil so ähm naja ist er Bleeding so ey das ist doch hier Müll boah ey ich bin grad sowas von mein Herz ey boah ich muss sie so schwer bauen what a shit das ist doch hier kein Zug ähm was soll das sein ich glaub so sieht es da auch im echten Leben aus der das gebaut hat okay Black Knight IP die joh meine Bahn einfach so so sieht sowas von nice aus joh joh oh ich hab ja noch hier äh F3 ähm ja meh komm das ist jetzt auch nicht so man kann es erkennen, aber es sieht sehr grüppelhaft aus. Was haben wir hier? Okay. It's okay, komm. It's okay. Ich will hier nicht so sein wie die anderen YouTuber, wenn wir alle so my eyes are bleeding, alles. Aber ich mach mal it's okay, weil ja, it's okay. Ähm, das ist hier wieder my eyes are bleeding. So, es ist schneller. Okay, gut. Der hat schon mal verloren. Äh, meh. Ey, komm. Meine Wahl ist einfach die beste. Dance for life, hach. Oh, das ist geil. Da muss ich sagen, gut, weil das sieht schon gut aus, aber ich würde irgendwie meine mega. Oh, ich frag mich, wer gewonnen hat. Hier, my eyes are bleeding, äh, das geht hier gar nicht. Was ist das? Wahrscheinlich das, was ich auch benutzt hab. Oh, ich will auch rein. Los. Nein. Ach man, ich will auch noch rein. Ja. Ja, geil. Komm, ich will fahren. Ich kann ihn nicht fahren, warum nicht? Was? Ja, das Spiel mich wohl zweit, oh, 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 oh. Okay. Noch eine Runde kann ich ja noch. Äh. Ja, ärgerlich. Das war so eine geile Bahn. Ich hoffe, jetzt kommt noch mal hier, ähm, Trail. Dann baue ich einfach noch mal das Gleiche, aber noch ein bisschen, sag ich mal, besser. Ich hab mich voll beeilt. Dann wäre ich nur Zweiter. Ach man. Ja, schreibt auch mal bitte in die Kommentare, wie viel ihr das fandet, also meine Bahn. Ich fand sie viel besser als von dem anderen. Oder Zug eben, Training, so, ja. Oh, man. Ach shit. Okay, dann sehen wir uns gleich, weil es geht erst in 48 Sekunden los. Okay, bis gleich. So, und es geht jetzt weiter und ich hab so einen geilen Partikelring um mich. Äh, um mir meine ich, um mich, hä? Doch, um mir, mich. Mach keinen Plan. Aber, jo, geil, das hab ich sogar auch hier. Master. Bildschicken. Bildschicken, okay. Ähm, ich brauch orange, weiß, rot. Okay. Ähm, wollen wir erstmal hier so die Füße. Och man, mich nerven jetzt schon die Partikel. Ich hätte die niemals anmachen sollen. Es werden so riesige Monsterfüße. Jo, ey, das ist wahrscheinlich wieder so ein richtig fettes Chicken, ja, find ich uns. Also, ähm, ja, es wird ziemlich gut. Aber es hat auf jeden Fall geile Füße. Okay, jetzt erstmal so hoch, hoch. Ich bau dann auch nochmal gleich so Flügel an. Mit einer anderen Farbe. Also mit, äh, weißem Leben. Muss ja auch kombinieren. Weißer Leben, weißer Leben. Da, 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 da. Ne, ich nehm lieber hier, wie heißt das, ähm, Quatsch. Aber eigentlich soll ich das erst noch her machen, weil... Ich weiß nicht, ob ich's schaffe. So. Okay. Los, weiter. Jetzt kommt gleich das Schwerste in den Kopf. Oh man, schneller, schneller, schneller. Ich bin immer so unter Zeitdruck bei diesem Spiel. Ähm. Aber wer ist das auch nicht? Okay, ähm. Noch drei, äh, drei Minuten. Okay, gut. Steht auch mit Chat, äh, steht auch hier im Bildschirm. So. Ich könnte als Partikel gelten. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr reinbringen, so. Vielleicht einen anderen Bauch so mehr. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr reinbringen, so. Mehr abgerundet vielleicht noch. Ja, das sieht gut aus. Hier nochmal am Arsch. Ähm. So, hier kommt auch nochmal hoch. Okay, das sieht auch sehr aus. Ne, auf die Partikel. Nein. Nein, warum kann ich nicht runden? Lol, was ist jetzt los? Ah, gut. Sieht aus wie ein Feuerspeit. Hä, geil. Hm, was kann ich noch bauen? Ich habe noch eine Minute, 50. Hier nehme ich mir mal einen Chicken. So ist hier, ach, da ist Chicken. Gut. Was hat das noch? Ich habe so einen Schnabel. Die Seiten sind, äh, die Augen sind an der Seite. Vielleicht noch so einen Gockel hier dran. Also so ein... Ja, oh, das sieht geil aus. Okay, jetzt nach oben. Hat das ja auch noch was. Das ist ein mega geiles Chicken. So, jetzt habe ich auch nochmal ein Bild davon gemacht. Ach man, warum ist immer F3 an? Das kann ich noch hier verbessern. Ich finde, das sieht schon mega geil aus. Das werde ich die Augen an der Seite machen. An die Seite, ähm... Okay, das ist noch weg. Okay, lasse ich das lieber weg. Irgendwie ist der Feuerring ja auch geil, aber... Ich ändere noch den Boden. Leather, chain to ground. Das sieht doch gut aus. Ich würde ja auch gerne irgendwie nicht hier Samen bauen, aber... Nee, es sieht aus, wenn es da hingekotzt hat. Ähm... Meier ist abliegen. Das geht dir gar nicht. Ja, Chicken. Als wenn er das gebaut hat. So, was ist das? So, was ist das? So, was soll das sein? So, was soll das sein? Oh, das sieht ja auch sehr, sehr gut aus. Okay, ähm... So, yo, komm, ja, everything is awesome. Äh, geht nicht. Komm, damit muss ich gewinnen. Einfach. Das ist das beste Hühnchen. Ich glaube, die anderen sehen meine Effekte auch. Weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich denke... Das Hühnchen hatte anscheinend einen Fahrradunfall. Ich glaube, das hat die Reifen... Äh, den Reifen zwischen die Augen bekommen. Pool Chicken. Was soll das sein? Oh, komm, das ist hier... Warte, it's okay. Nee, ja, doch, it's okay. Komm, das sieht gut aus. Aber wer das gewinnt, dann drücke ich nur noch auf... Okay, ich... Weil... Ich will ja Erster werden. Hä, Hühnchen da unten. Yo. Das darf aber nicht gewinnen. Das darf nicht gewinnen. Das Hühnchen, das darf einfach nicht gewinnen. Meins ist viel besser. Cute. Äh, das ist auch cute. Cute XD, okay. Ja, süß. Ja. Genau. Okay, Hühnchen-Shop. Ein AFK, okay. Oh, lecker Hühnchen. Äh, Kartoffeln. Och man, aber meinst du mal noch besser. Nö. Nö. Na ja, es hat die Liga. Ganz besser. Jome, was sind das für Beine? Also, für Füße. Was soll das sein? Ich glaube, so ne Hühnchen landen beim, äh, McDonalds. Ja. Ja. Meja, ist halt blieb. Komm schon, wer hat jetzt gewonnen? Wer hat gewonnen? Bitte. Prozent da ein wird sich verarschen das war viel jetzt konnte ich nicht mehr schreiben das war auch mal der Europäische Opel gut weil ich dann auch vielleicht falsch bewerte aber ja wenn euch das Video gefallen hat dann lasst doch bitte eine Bewertung da würde mich auch riesig über einen ja bis zum nächsten Video